Als Ingenieur bin ich der Überzeugung, dass sich technischer Fortschritt nicht aufhalten lässt. Fortschritt lässt sich aber steuern und erbietet immer wieder neue Chancen. Mit dieser Einstellung sollten wir auch die Digitalisierung anpacken. Denn mit ihr sind Kräfte am Werk, die unsere Lebenswelt und vor allem die unserer Kinder fundamental verändern werden. Das bringt selbstverständlich auch Unbekanntes und Unsicheres mit sich. Doch wir dürfen optimistisch und mutig an dieses Unbekannte herangehen. Wir haben alles, damit die Schweiz eine Digitalindustrie aufbauen kann, die für ihre Produkte und Dienstleistungen weltweit Abnehmer finden wird. Lassen Sie uns deshalb diese Chance gemeinsam packen.